Wir sind jetzt hier schon im Dschungelcamp hier, du. Hier. Das sieht schlimmer aus wie im Fernsehen, du. Kannst du euch sagen, hier. Ja, aber hier. Da ist ja der Ahne, die Ahne. Ich weiß es jetzt nicht, wie man das genau sagt. Da, Transgender, da, geh ich. Wieso, geh ich? Hier. Motzfrei, hier, du. Die sieht ja heiß aus, hier, du. Ja, das hätte ich ja nie gedacht, hier, du. Du denkst, das wäre ein Frag. Hier. Also, besser geht nicht, hier, du. Das ist der Wahnsinn. Das hätte ich nie gedacht, hier, du. Also. Ein Traumfrag, auch wenn es kein ist, im Moment, oder halb, oder ich weiß es nicht, wie man das genau sagt. Aber, hier, top, hier. Also, das sagt mir nicht, nein, hier, du, wenn du so ein Frag siehst. Hier, wahnsinn. Aber, hier, ich mache mal wieder Schluss, hier, du. Da am Lagerfeuer ist schon wieder heckmärkig, geh mal gucken, hier, du. Ja, hier. Und dann, hier. Vielleicht brennen wir mal ein Schnaps zusammen, hier, du. Mal gucken, ich hab da Rezeptis, hier, du. Hier, vielleicht, hier, mit der Natascha, hier, du. Mal trinken, hier, ja. Das wäre doch was, hier, du. Aber, hier, die Anne. Hier, top, hier, du, kannst du nicht, so, geh, sie, Sache, hier, du. Auch wenn jeder, manche Sache, da, hier, hier, was denn die ist, und da warst du nicht, und hier, und da. Ich kann sagen, wenn er sagt, er ist frau, ist er a top frau, hier. Ehrlich. Top, hier. Top, top, top. Hier, da kannst du 150 Weiber hier stellen. Da sieht die top aus. Also, bis da macht's gut hier. Ciao, ja.